Der Auftrag lautet, beweise, dass der Schwerpunkt G des Dreiecks A, Q, C zu der Geraden D, N gehört. Wir beginnen mit dieser Eigenschaft des Schwerpunkts eines Dreiecks, die wir im Tutorial Vektoren 0,12 bewiesen haben. Durch diese Eigenschaft wissen wir, dass Vektor G A plus Vektor G C plus Vektor G Q der Nullvektor ist. In dieser Gleichheit zerlegen wir diese drei Vektoren anhand der Formel von Schal mit Ursprung D, was bedeutet, wir zerlegen den Vektor G A in Vektor D A minus Vektor D G. Wir zerlegen G C in D C minus D G. Und dasselbe machen wir für den dritten Vektor. So sehen wir hier, dass wir den Vektor minus D G einmal, zweimal, dreimal haben. Daraus schließen wir also, dass Vektor D A plus Vektor D C plus Vektor D Q minus 3 Vektor D G den Nullvektor ergibt. Was bedeutet, dass das Dreifache von diesem Vektor D G gleich ist zu Vektor D A plus Vektor D C plus Vektor D Q. Jetzt kümmern wir uns um den Vektor D N. Um diesen Vektor. Der Vektor D N kann zerlegt werden in die vektorielle Summe D A plus A B plus B N. Also so. Der Vektor A B, A B, ist genau derselbe wie der Vektor D C. Und der Vektor B N, B N, ist genau derselbe wie der Vektor D Q. Also ersetzen wir Vektor A B durch Vektor D C und Vektor B N durch Vektor D Q. Und jetzt stellen wir fest, der Vektor D N ist gleich zu dieser vektoriellen Summe. Der Vektor 3 D G ist aber auch gleich zu dieser selben vektoriellen Summe. Woraus wir schließen, dass der Vektor D N genau das Dreifache vom Vektor D G ist. Der Vektor D N ist genau das Dreifache vom Vektor D G. Daraus können wir insbesondere schließen, dass der Punkt G zur geraden D N gehört. Es ist genau das, was zu beweisen war. Also ist dieser Auftrag erledigt. Und das Dreifache vom Vektor D N, B N, B N K.